Hallo liebe Kinder, liebe Familien zu Hause. Wir, das Team vom Kleinkindergottesdienstkreis der katholischen Pfarrgruppe Heusenstamm, wollen euch, den Jüngsten unserer Pfarrgemeinde, auf diesem Weg eine kleine Videobotschaft nach Hause schicken. Wir, das sind Sabine, Kerstin, Angela und Katrin und ich, ich bin Michaela. Viele von euch haben wir schon so lange nicht mehr gesehen. Ihr seid schon so lange zu Hause und durften auch nicht in die Kita gehen. Und auch unser Kleinkindergottesdienst konnte in den letzten Wochen und Monaten nicht stattfinden. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schicken euch mal einen kleinen Gruß nach Hause. Diejenigen von euch, die schon öfters mal in unseren Gottesdiensten waren, die erinnern sich vielleicht an unsere Kerze. Und wir wollen sie auch heute anzünden und daran denken, Jesus ist bei uns. Jesus begleitet uns und Jesus behütet uns. Und so wollen wir Jesus und Gott begrüßen, wie wir es immer tun. Und dazu stehen wir auf. Ihr dürft gerne alle mitmachen. Ihr kennt es ja schon. Wir wollen auch heute unser Zusammensein beginnen, so wie wir jeden Kleinkindergottesdienst beginnen und begrüßen Gott, der uns beschützt wie ein Dach, der uns auf ganz sicherem Boden trägt und der uns ganz, ganz lieb hat. Und ihn begrüßen wir mit dem Kreuzzeichen. Da dürfen Mama und Papa gerne helfen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Kinder, wir laden euch ein, zu Hause jetzt mitzumachen mit unserem Begrüßungslied. Das kennt ihr alle oder die meisten von euch einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Und wir können noch eine zweite Strophe. Ihr könnt bestimmt zu Hause auch klatschen. Probiert's mal. Einfach spitze, lasst uns klatschen. Einfach spitze, lasst uns klatschen. Einfach spitze, komm, wir lohnen Gott den Mann. Einfach spitze, lasst uns klatschen. Einfach spitze, lasst uns klatschen. Einfach spitze, komm, wir lohnen Gott den Mann. Ich glaube, das war richtig spitze, dass ihr das mitgemacht habt. Liebe Kinder, wir haben euch eine kleine Jesus-Geschichte mitgebracht. Und in der Geschichte geht es um Angst und um Vertrauen und um ganz viel Wind. Um ganz genau zu sein, es geht um einen Sturm auf dem Meer, aber auch um Stille. Und bevor wir euch die Geschichte erzählen, wollen wir euch mal zeigen, wie so ein Sturm auf dem Meer aussieht. Zuerst ist es ganz still. Nichts regt sich, nichts bewegt sich. Aber dann ziehen Wolken auf und es beginnt zu winden. Der Wind wird immer stärker und stärker und verwandelt sich in einen Sturm. Das Schiff wird hin und her geworfen. Dann plötzlich hört der Sturm auf und alles ist wieder ruhig. Stellt euch vor, es ist Abend geworden am See Genezareth. Jesus und seine Freunde sind müde, sehr müde. Die Jünger von Jesus, seine Freunde, bitten alle Menschen nach Hause zu gehen und verabschieden sich von der Menschenmenge. Jesus steigt in ein Boot und seine Freunde gehen mit. Sie fahren über den See. Jesus ist so müde, dass er sich im Boot schlafen legt. Auf einmal kommt Wind auf. Der Wind wird immer stärker und Wellen rollen über den See. Es beginnt zu regnen. Der Sturm wird immer stärker. Die Wellen werden immer höher und höher. Die Wellen werden gefährlich. Sie schlagen über dem Schiff zusammen und immer mehr Wasser trinkt ins Schiff ein. Die Freunde von Jesus haben große Angst, dass das Boot umfällt und sie ertrinken werden. Sie schreien laut, Hilfe, Hilfe, aber keiner hört sie. Und Jesus, der liegt im Boot und schläft, immer noch tief und fest. Ich glaube, der träumt einen schönen Traum vom lieben Gott. Die Freunde gehen zu ihm. Sie rütteln ihn wach und rufen laut, Jesus, wach auf, hilf uns, wir ertrinken. Da öffnet Jesus die Augen. Er sieht den Sturm, die hohen Wellen und sieht vor allem, dass seine Freunde große, große Angst haben. Da steht er auf und sagt, Warum habt ihr Angst? Ich bin doch da. Ich pass auf euch auf. Und er befiehlt dem Wind und den Wellen, Seid still! Es wird ganz still und ruhig. Der Wind und der Regen hören auf. Die Freunde von Jesus staunen. Wow, so mächtig ist Jesus. Der Wind und die Wellen tun, was er sagt. Dann werden auch sie still. Keiner redet mehr. Und das Schiff fährt ruhig weiter. Ja, liebe Kinder, liebe Familien zu Hause. Vielleicht kennt ihr ja dieses Gefühl, wie wir es eben in der Geschichte gehört haben, dass der Wind uns ganz schön ins Gesicht bläst. Und das nicht nur draußen in der Natur, sondern tatsächlich auch manchmal in den Gefühlen, dass wir nicht das tun können, was wir wollen. Vielleicht kennt ihr das, liebe Kinder, dass ihr nicht alles machen dürft. Gerade jetzt in dieser Zeit darf man nicht überall hin. Und man hat bestimmte Regeln. Und dann ist man sauer und zornig und wütend. Und im schlimmsten Fall fängt man auch noch an zu streiten. Vielleicht mit euren Geschwistern, mit Mama und Papa oder auch mit Oma und Opa oder mit den Freunden. Und dann werdet ihr, wie man so schön sagt, richtig vom Sturm der Gefühle durcheinandergewirbelt. Und wir alle haben auch manchmal Angst. Also auch ich, auch wenn ihr vielleicht denkt, die da vorne sitzt, die ist schon groß. Die hat bestimmt keine Angst. Das stimmt nicht. Vor was hattet ihr denn schon mal Angst? Zum Beispiel vor der Dunkelheit, vor irgendwelchen Schatten, vielleicht vor einem großen Hund? Angst davor irgendwo runterzuspringen? Vielleicht haben eure Eltern auch manchmal Angst. Angst um die Kinder, wie sie das alles überhaupt im Alltag schaffen sollen, jetzt gerade zu Corona, vor dem Virus. Manchmal braucht man einfach jemanden, der in der Angst da ist und hilft. Vielleicht haben euch eure Eltern geholfen, eure Geschwister, vielleicht die Nachbarn über den Zaun oder manchmal Oma und Opa, wenn das schon ging. Oder auch eure Freunde. Ja, du hast erzählt, dass Kinder und Jugendliche und auch Familien und Eltern Angst haben, große Leute Angst haben. Und die Jünger von der Geschichte, wo wir eben gehört haben, die hatten auch auf dem See richtig, richtig Angst gehabt. Und ihnen hat in dieser Angst auch jemand geholfen. Es war Jesus. Er war bei ihnen. Er hat Mut gemacht. Ich bin noch bei euch, hat er ihnen gesagt. Und auch das sagt er zu uns, wenn wir Angst haben. Wenn in unserem Leben es manchmal richtig stürmisch zugeht und wir durcheinander gewirbelt werden oder wenn wir stinkesauer sind und traurig sind, da sagt er auch zu uns, ihr seid nicht allein. Ich bin bei euch. Ihr braucht keine Angst zu haben. Und dann dürfen wir auch manchmal, wenn es uns gar nicht gut geht, zu Jesus beten und ihm alles erzählen, was uns Angst macht, was uns auf dem Herzen liegt. Er ist da. Er lässt uns nicht allein. Das hat er uns ganz fest versprochen. Und daran dürfen wir auch festhalten und darauf hoffen und daran glauben. Und dazu haben wir euch noch ein ganz tolles Lied mitgebracht. Das Kindermutmach-Lied, bei dem ihr jetzt auch wieder alle mitmachen dürft. Wenn einer sagt, ich mag dich, ich finde dich ehrlich gut, dann kriege ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen hoch. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Und ihr könnt gerne mitsingen. Nochmal. Wenn einer sagt, ich mag dich, ich finde dich ehrlich gut, dann kriege ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Jesus, manchmal geht es in unserem Leben stürmisch zu und wir haben Angst. Doch du bist bei uns. Auch, wenn wir dich nicht sehen können. Jesus, du hilfst uns auch in schwierigen Situationen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Denn du bist ein guter Freund, auf den wir uns verlassen können. Liebe Eltern, liebe Kinder, wir kommen jetzt zum Schluss. Da machen wir immer gemeinsam unser Kreuzzeichen. Es wäre schön, liebe Eltern, wenn Sie Ihre Kinder unterstützen. So segne und begleite uns alle, der gütige und liebe Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Kinder, liebe Familien zu Hause, wir sind jetzt am Ende unseres kleinen Gottesdienstes und hoffen, mit dieser Videobotschaft haben wir euch ein bisschen Freude auch ins Haus gebracht und wir hoffen doch sehr, dass wir uns ganz, ganz, ganz bald persönlich wiedersehen und wir hier in der Kirche oder auch draußen unseren gemeinsamen Kleinkindergottesdienst wieder feiern können. Und bis dahin, bis wir uns wiedersehen, bleibt gesund, bleibt munter, und vor allen Dingen habt Mut und keine Angst. Es grüßen euch das Kleinkindergottesdienst-Team und sagen Tschüss!